So, weil wir so ewig hatten keine VRC-Generations werden, habe ich gedacht, machst du mal wieder eine Runde. Ah, Japan, ausgerechnet meine Verhassteste. Ja, aber es hilft ja nichts, auch das muss gemacht werden. Gehen wir los. Unterkink, don't cut, hardbrake, 50. Square right, don't cut, 30. Hardbrake, square right. And left three, and right three at junction, 150. Right five, hardbrake, into left two, tightens. Into right four, into left five, short, 30. And right four, break, square left, don't cut. So, wir sind aber ohne Kippe unterwegs. So, wir sind aber auch ohne Kippe unterwegs. So, wir sind vier Sekunden runter, okay. So, wir sind hier. das war dagegen... das ist nicht so alter so hast du mal verbessert, ok... Ja, gerade gut geregnet. Okay. Da waren die beiden bei 50 Kunden. Scheiße. Die werden wir definitiv nicht wieder reinholen. Vor allem, ich habe Fall auf der Bremse gestanden. Das war jetzt nicht so, dass ich nicht gebremst hätte, ne? Ja, da habe ich echt was verloren jetzt. Ja, es hilft nichts. Schade drum, aber ja, es hilft nichts. Das war aber... Ich lasse meine Augen gerade massiv. Ja, da war nicht. Ja. 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 Ah, jetzt habe ich gekillt, okay. Oh, nee, ey, oh, Mann, das ist der Ärger, mich jetzt. Oh, jetzt rutsch, habe ich auch schon hinten, will ich, okay. Das war nicht toll, das war definitiv nicht toll, aber ich mag die Japan Rally sowieso nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tränke bei uns gerade Kuh, na, wir haben Platz 8, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Mal gucken, wie weit wir sind, ob ich jetzt noch eine Runde spiele oder ob ich vielleicht doch sage, Flight Simulator ist vielleicht doch die bessere Alternative. Ich werde gar nicht gefragt, okay. Ich werde nicht gefragt, okay, das ist interessant, also das ist jetzt wirklich interessant. Da wir diese Rallye so versauen, kann man sagen, wir hier auch eine Kippe nebenbei anstecken. Sieht schon geil aus, auch wenn es ein Skoda ist und ich so null auf Skoda stehe. Skoda ist echt so dermaßen nicht meins, aber es ist alles, was VHG ist, ist eben also dermaßen nicht meins. Alter Scheele, was war das denn? Ja, das war es. Gut. Oh Gott. Das war mit der Einschränkungen Bus. Das war wohl so auch schon. Die Einschränkungen gehen auf das manche zu. Was ich schädig, was die Erste fließen? Ich glaube, das war. Was ich noch keine Fehler ist? Das war's. Kann ich nicht. jetzt kommen wir hier rum weil wir fest hinkt scheiße ok das war auch wieder versaut ich bin sogar besser trotz des unfalls will ich immer noch vier sekunden besser als der rest ok das ist aber auch und vorbei war es wird Schraub 4, in die 5, 70 Schraub 4, in die 4, 30 Schraub 3, in die 5, 80 Kursen, Schraub 4, Schaus, in die 1, open 200 Halft, in die 4, in die 5,rid Kursen, Schraub 4, in die 3, 2, ... und flat-right, long ... ... left-six, keep in, into right-five, keep in ... ... left-five, keep in, into right-five, opens 150 ... ... weh ... ... ... and right-three, more parties ... ... and right-three, keep in, 50 ... ... and left-six, keep in ... ... and right-three, keep in, keep in ... ... and right-three, open, and flat-left, keep in ... ... man, 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 man ... ... and right-three, don't cut, interlust two, don't cut, keep middle, 50 ... ... keep middle hat sie noch gesagt extra, ne, für ... ... verlaute, die zugehört haben ... 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 Ich bin auf Platz 8, ja, kann ich mehr umgehen. 32.000, wir machen jetzt richtig Geld irgendwie, ne? Wir machen wirklich, ja Moral, ja mein Gott. Da geht die Moral wieder hoch. Thunfisch habe ich gekriegt, Hitzkopf habe ich immer gekriegt, ja, mein Gott, ist durch, die Beziehung ist durchwachsen. Hier wieder gar nicht genau punkte, ne, wie lange ich verbleiben, 4, oh doch, oh doch, ich habe 4. Das war der Verbrauchte. Sehr schön. Wir müssen immer so erholen, das hilft nichts. Okay, können wir doch nicht. Gut, dann sehen Sie ja gar nicht so schlecht aus. Ja, wir machen den erstellen Testlauf und wir nehmen die Toyota. Da, da können wir dann ein Fahrt nehmen, ne? Da. Toyota. Egal, machen wir. Zwiegen auf Schnee. Okay. Ich würde sagen, das ist für... Das ist genau das Richtige. Ich glaube, wir brauchen hier nicht die Mörderbeschleunigung auf Schnee. Und rechts 2, nicht schneiden, in links 2. Und rechts 3, innen halten, links 2, kurz. In rechts 2, schneiden. Und scharf rechts breiter, in scharf links 50. Links 4 und links 4, kurz. Und rechts 4, innen halten. Und links 5, Verengung, in rechts 4. In links 4 und rechts 4, 30. Rechts 5, mittig halten, in rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden, 80. Achtung, scharf links 100. Rechts 4 und links 4. Da kriegt jetzt auch noch keine Post mehr. Rechts 4 und eben, in links 4, in rechts 4 und eben. Und Achtung, links 6, Verengung, 100. Kuppel mittig halten. In rechts voll, in links voll, 300. Links 6, macht zu, 300. Und rechts 4, in links voll, 300. Und rechts 5, macht zu, 300. Rechts 4, schneiden, 80. Rechts 6, in links 6, 80. Links 5, kurz. In rechts 6, macht zu. In links 6, macht zu, mittel. Und rechts 4, macht auf. In rechts 5, in links 5, 100. Links 5, kurz, in rechts 5, kurz. Und rechts, links 6, in rechts 5, 30. Ephesim, Christend zu. Immerhin. Immerhin. Ich habe bei Toyota unsere Reputation verbessert. Sieilt die Beklagen. Sie haben Geld eingenommen. Wir haben Reputation, wir haben moralgesteigert. gibt es nichts wo wir uns beckern wo es einen grund gibt zu meckern und schade dass man sich das nicht noch mal angucken konnte das hätte ich mir definitiv gerne noch mal geguckt das ist doch gar nicht doch wieder ein tatsächlich auch mal so gemacht das ist das hier fälligkeit die haben wir schon komplett ausgebaut den haben wir fast hier müssen die dreier immer noch überall ausbauen und hier zuverlässigkeit ist bei mir nicht so wirklich wichtig soll ich jetzt gar nicht so schnell aus Klimaaufbau bitte Entschuldigung Klimaaufbau sauberer für das war ja vor wenn ihr leute die mir nicht mehr lange da sind ja perfekt Moral Form ist haben die dann trotzdem keine Erholung das ist ja auch krass das ist ja auch wirklich ich würde sagen wir machen einfach mal zweimal mit das Auto ist völlig in Ordnung ja und der nächste Service Vertrag kommt bestimmt ne aber Teamaufbau gibt zwar viel Geld von weg aber Teamaufbau Moral ist schon wieder gestiegen höher geht es nicht mehr höher geht die Moral nicht mehr höher geht es nicht mehr oh da ist jetzt noch ein paar Punkt höher schön höher 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 chem höher höher ist gut und machen ich will kein Fiesta von dann sind alle unter den 5 Besten in der aktuellen Saison. Ja, das ist jetzt nicht so wirklich das Schwierigste. Ja Leute, jetzt haben wir wieder den Saison beendet. Wir haben einen Kalender vor uns. Mir klingt nichts anderes als. Das ist ja auch doof. Das macht jetzt ja keinen wirklichen Spaß. Was bauen wir? Beziehungsweise der Hersteller hat ein sehr gutes Verhältnis. Mit mir zu 100%. Also da kennen wir uns gar nicht. Wir sind einmal in einer Rallye unter den 5en unter den besten Das ist schon in Ordnung. Aber Leute, wir haben ja gesagt, wir wollen auch noch was anderes machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, war jetzt mal schön. Wir haben die Rallye abgeschlossen und ihr habt mal gesehen, was man alles noch so machen kann. Ich hätte natürlich jetzt lieber Toyota gefahren in der neuen Saison. Aber da muss ich wohl noch mal eine Saison durch. Bis ich bei Toyota so beliebt bin, dass die mir einen Vertrag anbieten. In diesem Sinne sage ich Dankeschön und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und sage Tschüsskens ohne Küsskens oder Ciao Kakao